JP Morgan, die Aktienrallye ist noch nicht zu Ende. Ja und damit herzlich willkommen zu einem neuen Wochenausblick. Was passiert nächste Woche bzw. welche Daten stehen nächste Woche an? Blick auf den DXY, auf den S&P 500, auf den Dow Jones und auf Bitcoin natürlich. Ja und warum habe ich mir diesen Artikel rausgesucht? Weil ich der Meinung bin, dass er relativ relevant ist für die nächste Woche bzw. für die nächsten Wochen, auch wenn eine Jahresendrallye möglich ist. Geben wir jetzt aber gleich näher darauf ein, bevor wir starten, lasst dem Video auch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und schreibt unten gerne mal eure Meinung dazu, wie ihr so die nächsten Wochen, ob ihr da eher so bullish seid, vor allem jetzt an den traditionellen Märkten oder eher bearish. Würde mich einfach mal interessieren und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt durch. Wie gesagt, JP Morgan, die Aktienrallye ist noch nicht zu Ende. Warum sollte man da hellhörig werden? Weil solche Analystenschätzungen bzw. von so großen Bankenhäusern meistens genau in die andere Richtung tendieren. Wir hatten öfters mal Artikel über JP Morgan, die dann gesagt haben, Bitcoin bisher ist Ende bei 100.000. Vor kurzem kam ein Artikel, JP Morgan geht davon aus, Bitcoin geht Richtung 13.000. Die Aktienmärkte entkoppeln sich momentan doch etwas stärker. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Und dazu lohnt sich vielleicht mal gleich zu Beginn so ein kleiner Blick auf den Dow Jones. Wir haben Bitcoin mit neuen Lows gesehen, Wir hatten aber vorher auch die traditionellen Märkte mit neuen Lows gesehen. Und jetzt sehen wir eine starke, starke Rallye und Bitcoin genau in der Zeit genau das Gegenteil. Deutlich, deutlich nach unten. Und wie sieht es jetzt möglicherweise diese Woche aus? Diese Woche ist relativ ruhig. Ihr könnt ja bei investing.com immer nachgucken. Und da seht ihr schon, Montag in den USA sehr, sehr wenig los. Dienstag sehr, sehr wenig los. Keine wirklichen News, auch nicht in der EU, gar nichts wirklich Wichtiges. Der einzige Tag, der ein bisschen ins Auge sticht, ist der Mittwoch. Und am Mittwoch kommt eine Menge auf uns zu. Wir haben einerseits die USA-Rohöl-Lagerbestände. Werden die mehr, ist es nicht gut für die Wirtschaft. Das heißt, die Wirtschaft schwächelt ein bisschen. Ist sie weniger. Natürlich gibt es hier keine Prognosen mehr, weil die wären ja blöd mittlerweile, wenn sie irgendwelche Prognosen machen. Weil ich sage jetzt mal zu 50% oder 60% sind die Prognosen meistens falsch oder absolut in der Realität vorbeigeschrammt. Aber das sollten wir mal im Blick behalten. Weil umso mehr Rohöl-Lagerbestände im Endeffekt da sind, desto schlechter geht es natürlich der Wirtschaft. Weil die Wirtschaft weniger verbraucht. Die Wirtschaft kommt nicht mehr richtig ins Ankurbeln. Das sind alles so Anzeichen, die wir dann auch dafür verwenden müssen, möglicherweise, wie geht es mit dem Dollar weiter, wie geht es an den Aktienmärkten weiter und vor allem, wie geht es bei der nächsten Fettsitzung weiter. Weil das ist das, was momentan zumindest noch am meisten uns im Nacken steht. 75% habe ich gerade mal nachgeguckt, gehen von einer 0,5% oder 50 Basispunkte Erhöhung aus. Das könnt ihr direkt auf der FOMC nachschauen. Also 75%. Es waren schon mal deutlich mehr, die von 50 Basispunkten ausgegangen sind. Also da kommt langsam doch ein bisschen wieder negative Stimmung. Hat aber auch damit zu tun, dass auf Twitter sich wieder Meldungen gehäuft haben von irgendwelchen Fett-Mitsgliedern. Ja, wir wissen noch nicht, die 75 Basispunkte etc. pp. Wobei sich die Anzeichen halt doch deutlich bearischer anfühlen. Dann der Immobiliensektor. Verkäufe neuer Häuser. Ich bin hier immer noch der Meinung, dass dieser Immobilienmarkt uns die nächste Krise einfach bringen könnte da drüben. Also das heißt, weil wir sehen auch hier von den Verkäufen her, es werden immer weniger neue Häuser verkauft teilweise. Es bricht so langsam ein. Und die Zahlen werden auch nur einmal im Monat veröffentlicht. Klar, wir hatten mal so einen Zwischenmonat, aber an sich ist die Tendenz eher ins Negative. Dann kommen natürlich auch noch die Hypothekenanträge, die auch wieder auf uns zukommen. Die haben zwar jetzt, ich sage ich mal, die letzte Woche immer ein bisschen abgenommen, nimmt jetzt aber auch wieder ein bisschen zu. Also wir dürfen diesen ganzen Immobiliensektor nicht außer Acht lassen. Das ist immer noch mein größter, sage ich jetzt mal, Minuspunkt zu den nächsten Jahren. Und auch der 30-jährige Hypothekensatz ist zwar jetzt minimal gesunken von 6,9. Also vorher waren wir bei 7,14. Aber so richtig nach Erholung sieht das auch nicht aus. Also wir haben hier schon Peaks. Und wenn ihr das jetzt mal vergleicht so mit damals, wo die Finanzkrise beziehungsweise angefangen hat, der Immobiliensektor, da waren wir halt auch schon bei 6, 7 und sind dann erst runtergegangen, nachdem sich das alles wieder ein bisschen eingependelt hat. Also das ist schon heftig. Und was man natürlich auch noch dazu sagen muss, und da reite ich vielleicht das wieder ein bisschen auf Verschwörungstheorien mäßig rum, aber die Ausfallrate der Hypotheken ist dieses Mal wieder nicht drin. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal darüber geredet, wo wir genau über diesen gleichen Sektor gesprochen haben. Und wieder sind diese Zahlen nicht drin. Also es ist sehr, sehr komisch, meines Erachtens nach, dass man hier Zahlen, die 2007, 2008 zu einer Finanzkrise geführt haben, die Ausfallrate der Hypotheken ist wirklich verdammt, verdammt wichtig, plötzlich aus diesen ganzen Zahlen raus sind. Und du findest sie auch nicht mehr. Du findest sie nicht auf der Webseite in den USA. Du findest sie nicht mehr bei Investing. Sie werden nicht aktualisiert. Und das ist das Kritischste, was ich momentan einfach sehe. Solche Zahlen werden in einer Phase herausgenommen, wo die FED über ihre Zinspolitik entscheiden muss, wo viele Leute, vor allem in den USA, nicht mehr wissen, wie sie irgendwas bezahlen sollen. Die Hypotheken steigen, aber die Ausfallrate ist verdammt, verdammt wichtig. Und vielleicht seid ihr davon jetzt schon ein bisschen genervt, wenn ich das so oft erwähne immer. Aber es sind verdammt wichtige Zahlen, die den Aktienmarkt deutlich, deutlich gefährden könnten. Und auch nicht nur den Aktienmarkt, möglicherweise auch den Kryptomarkt. Wobei man da auch wieder sagen kann, okay, vielleicht fließt dann wieder Geld in Krypto. Das glaube ich aber nicht, weil die Leute dann ihr Geld für was anderes brauchen. Aber Daten, die die Finanzkrise 2007, 2008 oder 2009 ausgelöst haben, zu ignorieren bzw. rauszulöschen, finde ich einfach fatal und ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Deswegen werde ich euch immer wieder darauf aufmerksam machen. Für mich ist es einfach so ein Punkt, der möglicherweise einen zweiten Crash auslösen könnte. Ihr wisst, ich habe euch damals in einem Video gezeigt, ich glaube Zukunft habe ich das genannt, wo wir immer zwei Peaks hatten. Wir hatten immer zwei Peaks im Chart mit der Inflation, die erst exorbitant hoch ist, dann steuert die FED gegen und dann, wenn alles am Abkacken ist, steuert die FED nicht mehr dagegen, pumpt wieder Geld in den Markt. Wir haben den zweiten Peak der Inflation und dieser Immobiliencrash könnte dann im Endeffekt dann den zweiten Crash auslösen, wenn wir dann das zweite Top haben bei der Inflation. Aber gut, das sind nur meine Gedanken und könnt ihr denken, was ihr wollt, aber würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Dann natürlich Erstanträge Arbeitslosenhilfe, wie jede Woche immer mal ein bisschen einen Blick drauf werfen. Momentan, es gibt keine exorbitanten Steigerungen, aber was jetzt interessant ist, und zwar, wir haben Meta entlässt Leute, haben wir drüber gesprochen. Wir haben Amazon entlässt, glaube ich, 11.000 Leute. Twitter hat 11.000 Leute oder ich glaube mehr sogar entlassen. Das Ding läuft jetzt, glaube ich, mit 50 Personen, nur noch habe ich gestern irgendwo einen Artikel gelesen. Es kommt langsam Bewegung rein. Und was wir uns da gleichzeitig mal mit angucken können, ist nämlich der Nasdaq. Und der Nasdaq, guckt euch mal den Chart an. Hier, wir sind in einem klaren Downtrend. Es hat sich hier charttechnisch nichts getan, wo wir seit letzter Woche darüber geredet haben. Dieser Downtrend, wir haben nicht mal ins Golden Pocket es geschafft. Jetzt schaut euch einfach nochmal den Dow Jones an. Wir sind hier nicht mehr weit von unserem All-Time-High entfernt. Klar, es ist nochmal ordentlich. Also wenn wir jetzt hier nach oben nochmal ballern sollten, wären es nochmal 10%. Aber es ist nicht die Menge. Und jetzt gucken wir uns nochmal den Nasdaq an und ziehen hier einfach mal die gleiche Linie von unserem Ding. Das wären 43%. Es spricht einfach dafür den Tech-Sektor. Geht es noch nicht so wirklich gut? Dow Jones, wo ein bisschen, sage ich mal, nicht so tech-lastig ist, sieht deutlich besser aus. Also hier knüpfen wir schon langsam wieder ans All-Time-High und im Nasdaq eben nicht. Und da sehen wir aber auch an den Arbeitslosenhilfen, die ganzen Tech-Unternehmen, die die letzten Jahre extrem aufgepumpt wurden, entlassen jetzt mittlerweile immer mehr Leute. Na klar, weil sie auch weiter zukunftsorientiert rechnen müssen. Und das bildet sich auch hier im Chart ein. Wir werden immer mehr Entlassungen sehen. Und der Downtrend ist einfach noch nicht durchbrochen. Das müssen wir einfach klipp und klar dazu sagen. Wir können mal gucken, ob es vom Blockchart ein bisschen mehr Sinn ergibt. Ja, macht zumindest ein bisschen besseren Eindruck mit diesem Fake-Out hier können wir mal drin lassen. Aber solange wir diesen Trend nicht durchbrechen, sieht es zumindest nicht gut aus. Wir haben jetzt kurzfristig, sage ich mal, für die nächste Woche, wir sind hier auf dem Daily-Chart, zumindest mal die Möglichkeit, hier das Gap wieder zu füllen und auch möglicherweise immer noch in das Golden Pocket. Das Golden Pocket ist immer noch der Bereich, den ich weiterhin anvisiere, zumindest möglicherweise bis Ende des Jahres. Klar, die Unternehmen kündigen jetzt alle oder vielen Leuten. Geht natürlich auch wieder negativ auf die Wirtschaft. Also irgendwann muss die Fed hier auch mal eingreifen. Also klar, man kann Leute entlassen, was weiß ich, wir freuen uns über höhere Arbeitslosenzahlen. Man mag denken, was man will. Klar ist das makaber. Aber für mich weiterhin das Ziel hier im Nasdaq, zumindest erst einmal das Golden Pocket hier zu erreichen, mit diesem kleinen Gap, was wir jetzt hier gebildet haben. Wir haben hier zwischen nochmal so einen Gap, genau im Golden Pocket. Wäre so eine schöne Jahresendrallye von zumindest prozentual 6%. Ist jetzt nicht weit entfernt, dann sehen wir wahrscheinlich auch den Dow Jones an neuen Höhen. Nur, ich habe euch ja ganz am Anfang den Artikel gezeigt. Ich zeige euch nochmal, die Aktienrallye ist doch nicht zu Ende. Und das macht mich meines Erachtens ein bisschen skeptisch, weil wir im Dow Jones absolut am Widerstand sind. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, auf dem Daily Chart. Wir haben es jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal probiert, an diesen Widerstand zu kommen. Klar, wir konsolidieren hier. Die Frage ist nur, brechen wir diesen Widerstand auch? Und das ist momentan, daran hängt, denke ich mal, vieles. Sollten wir den brechen, haben wir auf jeden Fall Luft oder sogar die Möglichkeit, hier nochmal in den Bereich der 35.500 Punkte zu kommen, wo das 0,786, der Fibonacci Retracement Level ist. Brechen wir das nicht und fallen wieder zurück hier in unser Falling Broadening Reg, also unser Aufsteig oder Abfallendes, größer werdendes, ich sage jetzt mal Megafon, kann man dazu auch sagen. Könnte es sein, dass wir hier auf jeden Fall nochmal den 30.000 Punkte im Bereich sehen, Anfang nächsten Jahres möglicherweise. Die Frage ist jetzt, wie werden wir jetzt bis zur nächsten Fettsitzung hier damit umgehen? Es ist wirklich schwer, muss man sagen, weil wir ein DXY auch haben, relativ viel an Support. Ihr könnt euch daran erinnern, das haben wir eingezeichnet so. Wir sind noch nicht ganz an diese grüne Box gekommen, die halte ich auch weiterhin nochmal für möglich. Nachdem Montag, Dienstag sehr, sehr wenig passieren wird, fundamental, beziehungsweise an den News-technischen Daten, könnte es erstmal sein, dass wir sogar den Bereich erstmal durchbrechen des Golden Pockets, weil wenig News-lastig, Jahresendrallye ist in der Luft, aber dieser Artikel, den ich euch halt vorhin gezeigt habe, macht mich ein bisschen skeptisch und könnte natürlich auch dann genau diesen Weg hier bedeuten, dass wir hier nochmal runterkommen in diese Zone bei 105 Punkten jetzt beim DXY und dann auch hier möglicherweise in der Jahresendrallye starten, was dann natürlich bedeuten würde, okay, wir gehen beim Nasdaq nochmal deutlich tiefer, auch hier haben wir zufällig nochmal ein Gap hier unten bei ungefähr, was haben wir hier, 11.200 Punkten, jetzt einfach mal grob geschätzt beim 0,236er Fibonacci Retracement Level. Also es bleibt weiterhin spannend, aber wichtig für mich oder für uns sollte sein, der Dow Jones und der S&P 500, weil beide sind am Golden Pocket, beide gut, S&P 500 würde auch passen, die 4.082 Punkte Marke wäre noch dieses Gap, was wir über uns haben, könnten wir noch füllen aufgrund dieser wenigen Newslastigen News, kann man das so sagen, kann man bestimmt so sagen, die jetzt in den nächsten Tagen auf uns zukommt, aber danach wird es entscheiden. Ich denke mal, Mittwoch könnte deutlich, deutlich mehr Bewegung reinbringen, eventuell, dass die Jahresendrallye bis ungefähr Dezember geht, bis die nächste Fettsitzung eben ist und dann werden wir klarer sehen. Was heißt das für Bitcoin? Für Bitcoin haben wir ja schon im Video heute Morgen darüber gesprochen, und wir sehen kaum wirklich Bewegung. Wir sehen, dass viele, viele Bitcoins auf Exchanges plötzlich fliegen oder landen, dass viel, viel hingeschickt wird. Weiß man natürlich nicht, ob die verkauft werden sollen, aber das potenzielle Risiko, weiterhin in den Bereich der 14K runterzufallen, ist auf jeden Fall da. Wir haben unser Falling Wedge noch nicht ganz getestet, also das bitte auch mal im Blick behalten, um mal ganz kurz auf den Daily Chart hier zu kommen. Ihr kennt dieses Bild, Falling Wedge auf dem normalen Chart wurde noch nicht getestet. Auf dem Locked Chart, ja, aber auf dem normalen hätten wir wirklich hier Perfektluft bis circa 14.000 US-Dollar. Also das, der Dump darunter ist auf jeden Fall noch nicht ausgeschlossen. Gehen wir jetzt aber davon aus, die Zahlen spielen uns in die Karten. Mit Immobilienmarkt schwächt sich ab, die Arbeitslosen Daten steigen immer mehr, die Rohöl-Lagerbestände steigen. Könnte uns das mehr und mehr Hoffnung geben, auch für die kommende Fettsetzung. Und könnte auch natürlich den Kryptomarkt erst einmal beflügen. Ich bleibe dabei, dass nächstes Jahr meines Erachtens deutlich bullischer werden sollte, weil die Inflation fällt, weil es aber auch wahrscheinlich dem Arbeitsmarkt immer, immer schlechter gehen wird. Die Zahlen sind sowieso manipuliert. Mal gucken, wie sie da weitermachen. Aber das könnte zumindest auch für Krypto, sollte die Zahlen jetzt, also erstmal hier ein bisschen Konsolidierung vielleicht und dann zumindest mal diesen Bereich um 20.000 US-Dollar oder 18.800 US-Dollar ist ein Bereich, den wir auf jeden Fall im Blick halten sollten. Wie können wir das Ganze jetzt zusammenfassen? Dow Jones am Widerstand, S&P 500 am Widerstand, Nasdaq sieht nicht stark auf aufgrund der ganzen Tech-Werte, die wirklich nicht stark performen. Man sieht es auch in den Aktienportfolios von vielen. Die XY am Support, Mittwoch kommen die großen News beziehungsweise die Menge an News. Montag, Dienstag wird wahrscheinlich sehr, sehr wenig passieren. Heißt, wir könnten im Dow Jones und S&P 500 das Golden Pocket knacken, mal drüber kommen, so eine Art Fake-Out machen und dann denkt immer dran, JP Morgan sagt, die Rally geht weiter. Das heißt für uns, Grund zur Vorsicht, JP Morgan sagt auch, Bitcoin zu 13.000. Vielleicht kommt es dann nicht so, vielleicht kriegen wir hier unsere Jahresendrallye. Bleibt auf jeden Fall vorsichtig. Ich hoffe, euch hat der Wochenausblick gefallen. Lasst mich gerne wissen unten in den Kommentaren. Lasst ein Like da, Kommentar, abonniert den Kanal. Wir hören uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto. Bis zum nächsten Mal wieder.